Wo ist Mami? Von Julia Donaldson und Axel Schäffler Gelesen von Ilona Schulz Wo ist meine Mami? Schluchzt das kleine Äffchen im Wald. Musst nicht weinen, kleines Ding, sprach der nette Schmetterling. Sag schnell, wie sie aussieht, dann findet sie sich. So groß, sprach das Äffchen. Viel größer als ich. Viel größer als du? Dann lass uns gehen. Ich hab sie eben noch gesehen. Komm, kleines Äffchen. Komm, komm, komm. Nein, nein, das ist ein Elefant. So groß ist meine Mami nicht. Hat keinen Rüssel im Gesicht. Und keinen dünnen Wedel hinten. Sie kann den Schwanz um Bäume winden. 아까 früher gemacht. Deus schau. Wir klären sagen. Ich kann mich Comfass mitspeichern. Ich habe mal die Drunkfeil. Vielen Dank.